Gestern kam die SPC zu Food Fantasy Daniel Malen raus. Wir haben in unserem Machen und Erlassen Video, vor allem aufgrund der starken Werte, hier ein Machen gegeben. Doch bleiben wir auch dabei? Wie versprochen, haben wir die Karte abgeschlossen und geben dir jetzt eine Ingame Review. Kommen wir vorab nochmal kurz zu den Werten. Wer nochmal Ausführliches zu Werten, guten Links, Alternativen und so weiter sehen will, der checkt das Video in der Infokarte ab. Hier haben wir uns Malen schon genauer angeguckt. Bei den Werten bringt Malen eigentlich alles mit, was ein Schlimmer braucht. Gerade, Tempo und Schusswerte sind richtig stark. Dazu sieht aber auch das Passen und die Dribbing-Stats in Ordnung aus. Schwachpunkte sind hier rein von den Stats die drei Sterne Weakfoot und die nicht so guten Arbeitsraten. Wir haben Malen dann noch mit einem Marksman gespielt. Wie hat er sich jetzt also Ingame angefühlt? Als erstes fiel mal auf, dass der Antritt nicht so nice war wie in den Stats. Hier hat er sich deutlich langsamer angefühlt. Generell war Malen auch selten präsent, das liegt vielleicht echt an den nicht ganz so guten Arbeitsraten. Hier hat er in der Offensive halt einfach nur Mittel. Dazu war auch der Schuss nicht ganz so nice. Viele Schüsse gingen hier an die Latte. Geholfen hat hier allerdings, dass wir ihn zunächst auf dem rechten Sturm hatten und dann als linken Stürmer gespielt haben. So hat er dann nochmal mehr getroffen. Stark war bei Malen dafür die Flanken und generell seine Passwerte. Vielleicht ist er ja dann doch eher der Außenspieler. Allerdings muss man sagen, dass er im Dribbling auch oft den Ball verloren hat. Manchmal hat er den Gegner aussteigen lassen, aber insgesamt war das nicht stark genug. Auch die Physis war nicht ganz so nice wie die Stats zeigen. Hier hat er viele 1 gegen 1 Aktionen verloren. Bevor wir zum Fazit kommen, kannst uns gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Karte wir noch testen sollen. Wie man vielleicht schon raus hört, hat uns Malen in Game nicht ganz so gut gefallen. Wir würden hier insgesamt nochmal 2 Punkte abziehen und auf eine 86 gehen. Beim Tempo und gerade beim Dribbling würden wir hier auch nochmal ein paar Abzüge machen. So nice wie die Werte aussehen, spielt er sich leider nicht. Beim Pass würden wir allerdings hochgehen, hier war er schon ziemlich stark. Eventuell könnte man überlegen, Malen auf der 10 oder auf außen zu spielen. Hier sind auch die 3-Ständer-Wigfoot dann nicht allzu schlimm. Die SPC von Malen kostet aktuell, wenn man kein Futter hat, ca. 150.000. Dafür ist er ganz okay, aber insgesamt im Spiel zu unkonstant. Er bekommt daher von uns eine 4 von 10. Nicht falsch verstehen, ganz miserabel war er jetzt nicht, aber eben nicht wirklich den SPC-Preis wert. Hast du Malen schon gespielt? Wenn ja, dann schreib uns gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Lass gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.